Wir haben gewonnen, gesiegt. Lasst uns essen und trinken. Das ist die normale Art und Weise, das Fest zu verstehen. Und darin gibt es auch einen Sinn, wenn wir das Buch Esther lesen. Sie wollten uns tatsächlich umbringen. Wir haben tatsächlich gesiegt. Und in der Tat hatten wir ein Fest danach. Und Freude und ein Fest und Geschenke. Alles war so schön und so gut, dass wir diesen Fest nicht das Gebot präsent. Aber die Aufgabe, den Auftrag gab, es von Generation zu Generation weiterzugeben. Und das machen wir. Das Fest der Purim ist nicht in der Tora beschrieben. Das ist kein großes Fest des Herrn. Und trotzdem feiern wir ihn. Purim ist eines der Feste, welches zu den Festen der Danksagung zählt. Das heißt, wir sind Gott für etwas dankbar. Und weil er etwas Großes getan hat für unsere Väter zu dieser Jahreszeit, Sagen wir ihm Danke. Ein weiteres solches Fest ist Hanukkah. Sie wollten uns ebenfalls umbringen. Wir haben gesiegt. Lasst uns essen. Es gibt nicht-biblische Feste der Danksagung. Zum Beispiel das Unabhängigkeitsfest von Israel. Sie wollten uns von der Erde vernichten. Vom Land vertreiben. Aber wir haben das Land bekommen. Wir haben gesiegt. Lasst uns essen. Zumindest feiern. Also nicht immer essen, aber feiern. Und das Fest der Befreiung von Jerusalem ist genauso ein Fest. Weil Gott für uns Wunder getan hat. Wir sind ihm dankbar. Und wir feiern deshalb diese Feste. Aber ihr wisst, in der jüdischen Tradition zu feiern und zu essen, das ist wie eine Tradition schon. Es ist wie ein Gebot, wie eine Mitzvah. Das muss so sein. Pferdnick bis Jede, das ist kein Pferdnick. Es gehört dazu und ein Fest ohne Essen ist kein Fest. Ohne ein spezifisches Essen. Pürim ist ein besonderes Fest der Freude. Und Pürim ist einzigartig in dem Sinne, dass man da immer isst. Das Buch Esther beginnt damit, dass man isst. Balschой Pür, большой Pferdnick. Man hat ein großes Mahl, ein großes Fest. Amman wird verurteilt und während eines anderes Essens. Und dann, wenn wir gesiegt haben, essen wir schon wieder. Dort ist immer das Essen involviert. Gibt es dort auch einen geistlichen Sinn? Ich weiß es nicht. Aber es ist interessant. Pürim ist ein interessantes Fest. Ein fröhliches Fest. Mit vielen lustigen, fröhlichen Abläufen, mit Essen und mit Trinken. Und wir werden heute auch viel Unterhaltung haben. Das Pürim-Spiel. Und in diesem Fest gibt es auch eine große und wichtige Lehre. Das Volk Israel kann man nicht vernichten. Weil Gott das Volk Israel schützt. Und weil Gott den besten Schutz für uns vorgesehen hat. Das Neue Testament. Das Neue Testament. Welches geschlossen wurde dank Jesus, Jeschua. Und das ist die Rettung für das Volk Israel. Und der einzige Ausweg oder die einzige Lösung auch für andere Völker. sich dem jüdischen Volk anzuschließen. Wie geschrieben steht, eingepfropft an den Olivenbaumen. Ölbaum. Das ist die Lösung oder der Ausweg für alle. Die Lösung für alle. Und wenn wir das haben, können wir sagen, sie wollten uns umbringen. Wir haben gesiegt. Lasst uns essen. Slauhebohu. Amen. Das ist die fulfilling. wir müssen uns umbringen. Und das kommt drei Minuten. Das ist das, was wir haben. Das ist das, was wir tun. Jetzt kommen uns umbringen. Das ist ein八